SUNGEEEAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2. Tja, in der letzten Folge hatten wir es ziemlich oft mit diesem gottverdammten Tyrant zu tun, der uns nicht in Ruhe lassen wollte. Seine Stalking-Fähigkeiten sind schon besser als die vom Nemesis, muss ich mal sagen. Und jetzt haben wir aber trotzdem den letzten Tierstein gefunden, werden aber nochmal in den Gang zurückgehen, wo uns der Tyrone zum zweiten Mal angegriffen hat. Denn der hatte da ein paar Bolzen für unsere Armbrust. Vielleicht liegen die noch da rum. Wenn nicht, habe ich Pech, aber wenn ja, nett. So, davon müssen wir einfach nur die Leiter runter. Geht ja fix, ist ja nicht so weit weg. So, den Gang lang. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht irgendwelche Zombies rum... Ah! Haha, sie liegen wirklich noch hier rum. Nice! Aber jetzt hier, an der Stelle. Hm. Und nicht an der Stelle, wo er zu Boden gegangen ist. Okay. Och, wenn wir schon hier sind, nehmen wir dich auch noch mit. Wir gehen ja eh jetzt wieder zur Kiste zurück. Okay. War doch gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Dann kann ich ja das Maschinen-Garn erstmal wieder gegen die Baugarn austauschen. Das Maschinengewehr, die... Diese schöne Waffe bewahren wir uns für weitere Tyrant-Begegnungen auf. Auch wenn nicht mehr sehr viel Muni da ist. Aber für ein, zwei Begegnungen dürfte es noch reichen. Okay. Und hoffentlich finden wir auch Sherry bald wieder. Die ist ganz allein unterwegs. Also, das ist alles andere als sicher. Okay. Ähm. Das rote... Oh, wir hatten noch eins. Okay. Ist egal. Oh. Ja, nicht so viel Heilung, wie ich es bei Leon hatte, aber... Muss ich mich anstrengen, nicht allzu oft verletzt zu werden bis zum Ende. So. Also los, dann werden wir... Den letzten Stein in Brines Büro einsetzen. Der irre Chief. Ah. Okay, da haben wir die Kleine wieder. zack. Okay. Was haben wir hier? Mail to the Chief. To Mr. Brian Irons. We have lost the mansion lab facility. Ach so, das... Das hatten wir schon. Aber war er bei Leon an einem anderen Ort. Okay. Ein Elevator. Es scheint, zu gehen. Na dann. Claire! Ich gehe da unten. Bleib hier und warte von mir, okay? Wer weiß, was der Chief alles macht. Und wenn er handgreiflich werden sollte, naja... Es ist besser, wenn Sherry nicht da wäre. Oh. The fuck? Pff. Sieht ja sehr religiös aus. So, you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up. You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So, it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me. If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bio-waste. It's superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen this little girl running around here somewhere. Sharing, isn't it? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bio-wapun. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. What the? War sowieso nicht ganz dicht. Ah, hier liegt noch ein bisschen mehr Säurepatronen rum. Man findet hier mehr Säurepatronen als irgendwelche normalen Granaten. Irgendwie komisch. Disturbing stuff. Ein bisschen fernhalten davon. Formalin, Chloroform and other chemicals. Okay, dann sehen wir uns mal die Klappe an, wo der heruntergezogen wurde. Okay, a ladder leads down. I will go down. Entweder ist das dieser Birkin oder wieder der Tyrant. Das ist Birkin. Oh, scheiße. Oh, fuck. Verflucht ein Dreck. Der Typ ist eklig. Wow. Okay, das ist wirklich eine Stimme. Los, Claire. Hoch mit dir. Scheiße. Scheiße. Wow. Übel. Okay, nochmal nachladen. Let's push the button. Okay. Ah, ja. Gibt's hier irgendwas? I have to go back for Sherry. Ach. Ja, das... Die hab ich jetzt schon völlig vergessen. Bloß sind wir ein bisschen angeschlagen. Das gefällt mir nicht. Aber noch können wir uns nochmal bewegen. Also, das ist jetzt noch nicht so ein Problem. Sollten wir künftig etwas aufpassen. Pff, der liegt hier immer noch rum. So, kleine Sherry. Ich hoffe, du bist noch da. Okay. Ja, okay. Claire, du bist zurück. Ich bin nicht so, dass der G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus-G-Virus. Was ist falsch, Claire? Das ist nichts. Aber ich denke, dass ich eine Weile aus hierher gefunden habe. Wir sollten uns da sein, dass wir irgendwo in einem Ort finden können. Wenn wir einfach aus der Stadt kommen können. Aber... Nichts, ich werde dich beschützen. Ich versuche. Aber du musst, dass du nicht verlassen. Tja. Noch mal zurück, oder? Ne, wir lassen es. Wir gehen runter. Mit Sherry müssen wir uns jetzt auch etwas langsamer fortbewegen. Sie ist ja immerhin nicht so flink wie wir. Obwohl, doch, sie hält ganz gut mit. Okay, Sherry. Nicht so genau hingucken. Okay. Schön mitkommen. Schön mitkommen. Schön mitkommen. Wo? Toi. Wo? Was war das denn jetzt? Floodgate ist open. Ah, scheiße. Claire, wo guckst du denn auch hin? Hier an die Wand. Was soll das denn? Ah, jetzt ist die wieder mal weg. Oh, Gegengiftkräuter. Ja mein Gott, warum nicht? Wir wären zwar ein paar Grüne lieber gewesen, aber ist egal. Ah, okay. Ah, das ähnelt dem Raum, wo Leon ist, aber... ... oder gewesen ist. Klar, nehmen wir mit. Wir haben ja hier gleich eine Kiste. ... Gut, das hatten wir auch schon. Puh. Was haben wir hier in den Spinden? Roadlocker. Roadlocker. Aha. First Aid Spray, was wir nicht mitnehmen können. Noch nicht. So. Werden wir verbinden mit dem... ... Pistolen-Munition können wir auch hier wieder reinschmeißen. Sogar recht viel, wenn ich das so sehe. Hm. Okay. Okay. Wechseln wir das gegen die doppelten Grün aus und heilen uns erst mal. Gut, für diesen First Aid Sprays kann man eigentlich nicht genug haben. Vor allem nicht im B-Szenario. So. Legen wir die gleich so aneinander. Okay. In diesem Untergrund brauchen wir ja wieder das Rad. Und ich würde sagen, fürs Erste reicht das hier erst mal wieder. Gut. An der Stelle mache ich jetzt erst mal einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir hier weiter rumsuchen. Also, tata! Okay. Vielen Dank. お louder! Ich habe jetzt schon E Anger! Ja! Ich habe jetzt also einen AntUFF! Untertitelung des ZDF für funk, 2017